In der Unterwelt von New York City gibt es Gangster, Killer und korrupte Cops. Aber heute ist die meistgesuchte Person der Stadt ein zwölfjähriges Mädchen. Alles in Ordnung? Warum sind diese Kerle hinter dir her? Ich kann mir alles merken. Sie haben mir eine lange Zahlenrehe gezeigt. Gibt es an diesen Zahlen irgendetwas Ungewöhnliches? Sie sind nicht zufällig. Sie haben eine Logik. Das ist ein Code. Wer hat das Mädchen entführt? Es war Luke Wright. Was? Luke Wright, der härteste Cop in Big Apple. Aber das ist lange her. Sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Chinesen und Russen, sperren Sie alle Straßen, die aus Manhattan rausführen. Dieses Mädchen darf die Stadt nicht verlassen. Ab heute herrscht Krieg. Sind wir da sicher? Bis zum Tag meines Todes. Ich hab die Zahlen. Jetzt hab dir's mit mir zu tun. Festhalten! Wirklich verrückt! Los! Schnapp die Neug! Sie haben wirklich Eier, Luke. Ja, Wahnsinn, dass ich noch laufen kann. Sie haben. Ich weiß nicht, was ich in solchen Momenten zu sagen. Welche Momenten? Ich bin die Situation, die ich mich verletzt. Ich bin die Zeit. Vielen Dank.